Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von DIRWOLF Wieder bei 85, wieder und wuff So, letztes Mal die Smatry erfolgreich in Betrieb genommen Aber sie läuft immer noch Ja, sie läuft noch Was ist das hier? Was? Dieser Kelch Der Kelch? Den hab ich dahingestellt, lass ihn bitte Okay, ne, ich frag bloß, ne, also Passiert manchmal Ja, ja, darfst du ruhig fragen Okay, gut Alles hier gut ausgeleuchtet? Gut, jetzt schmeiß mal ein bisschen Aluminium rein Guck, mach das Aluminium So, ich bin immer noch auf der Suche nach TEN Gut, in welche Richtung bist du eben geflogen? Ja, wuff, will wieder kämpfen Ich hab' ne verzauberte Eisenschaufel gekriegt Ja, geil, was hat's denn? Effizienz 2 Geil Ey, ey, ey Ey, 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 ey Was? Ach, eh, an der Schmelzerei da Ja Ja Ne, ey, komm, Yoshi, ich wurde angegriffen Diesmal konnte ich wirklich nix dazu Ja, wenn ihr Tote sehen wird. Ja, wenn der Boss... Das sah gar nicht aus wie der Boss. Ja, der ist ein Vampir-Boss. Ja, das habe ich nicht gesehen. Am besten, ich gehe schlafen. Ja. Ja. Dann gehe ich mal schlafen. Kann ich die jetzt so abbauen, die Lava-Generatoren, oder sind die kaputt? Nein, die kann man so abbauen. Witz. Das ist... Aktuell abbaubar, nicht abbaubar. Ich liege im Bett. Okay. Du-du-du. One of three. Ach, ich mache mir erst mal eine Eisenrüstung. Hm. Wege sind meine Sachen nicht weg. Warum sollen die weg sein? Nö, nö. Ja, wenn du normalerweise stirbst, dann... Hallo, hier entstehen Kraftsteiger. Ich bleibe übrigens immer noch liegen. Ja, ja, das habe ich ja gesehen. Ich liege übrigens immer noch mit. Ja, ja, what good's. Alles klar. Gut. Wie machen wir den jetzt fertig? Wie machen wir den jetzt fertig? Wo ist denn mein Sterbepunkt? Da drüben. So, das heißt also, ich werde mich wieder verwandeln müssen. Ist da noch ein, äh, der Zombie-Typ? Ist nichts mehr. Nee. Alles klar. Der ist ja gerade verbrannt. Steht doch gerade in Chat. Jetzt erst. So. Also, dann gehen wir jetzt mal in die Richtung. In welche Richtung bist du jetzt, bist jetzt geflogen? In Nordwesten. Okay. Oh, dein Chunkleder. Ei. Mann, wir brauchen Kakteen. Es geht nicht ohne Kakteen. Ich kann ja keine Waterproof-Pipes herstellen. Oh, totes Holz. Cool. Totes Holzrüstung. Ja. Cool. Machen wir für Wetter. Toten Holzrüstung. Hauptsache, sie hält. Und wärmt, wenn es mir kalt ist. Das wird sie. Das wird sie. Okay. Hier ist ein ganz toter Wald. Ähm. Das wird düster. Das wird nur ein Holzschwert. Ach, das ist mein Steinschwert. Warum wird das so düster? Weiß nicht. Die umabhängig. Du bist jetzt Richtung Norden geflogen. Äh. E. Ich flieg mal Richtung Süden. Nach fünf Minuten. Nach fünf Minuten. Flying is not awaitable on the server. Was? Äh. Das wird dann schnell wieder auf dem Boden und der Tagsatz und zurück. Lass uns das umgestellt. Äh? Das war da gar nie eingestellt. Wo? Äh? Wo er brannte? Ja, das hab ich mich auch gerade gefragt. Ich bin... Ich hab keines gemacht. Ist in den Ofen vielleicht hineingefallen? Nein, ich war weit, weit weg vom Ofen. Okay. In die Smeltering? Ne, war ich auch fast... Äh... Das ist 70 Meter entfernt. Ja, dann... Keimlern? Können bestimmte Pflanzen das auslösen? Ja. Sind die blau? Hier ist alles gefährlich. Alles, was blau ist, ist gefährlich. Gut, dass ich schwarz bin. Ähm... Ach. Ich bin noch kein... Nein. Da ist ein Hexenhaus. Ähm... Was steht Amphipan? Amphipan- Amphipan- Wattwending? Warte mal kurz. A- M- P- I- B- I- N- Sehr schön. Kannst du busstabieren? Nein, ich kann probieren. Glaube, was zählen sie da. Der Baum sein. Muss ich halt laufen. Weißt du, eben wo eine Kiste sein. Mopspawner. Super. Nein, danke. Na, ich muss dann in diesem Goblin-Haus vorbei. Aber ich glaube, unter Mopspawner ist doch was. Also... Esel, wir haben Esel. Damit können wir reiten. Und ich kann sogar... Einen Schweine-Spawner. Echt geil, ich hab das Gerüst von denen. Oh, Checker-Time. Der erste Klirten ist gut auf der Reise. Was hast du denn gemacht? Ich hab einen Baum gefunden mit Spinnenweben. Da drunter ist eine Kiste. Und da hab ich gefunden eine Ender-Perle. Ein Fragezeichen-Ding. Zimtbahn. Und dunkler Stahl. Und eine Schallplatte. Und dreimal natürliches Glas-Vaum. Das ist noch ein Baum. Doch gar nicht. Ey, servo, verarsch mich bitte nicht. Ja, hab ich auch gerade das Gefühl gehört. Oh, Checker. Gummistiefel. Wee. Heißt das jetzt, ich darf gar nicht mehr fliegen? Stahl schieben. Och, ich muss halt nur öfters mal landen. Ah, so. Oh, das gibt's doch nicht. Ich find'n Burkenwald. Ich find' alles Mögliche, aber ich find'n, äh... Die sind da schon wieder an Ritual machen. Da eben was fallen gelassen. In welche Richtung seid ihr jetzt eigentlich geflogen? Also ich fliege jetzt Richtung Westen. Ich will da nicht stören bei denen, oder töten die mich auf One-Hate? Ja, dann lass das einfach. Wow. Was hat er gesagt? Oh, Holy Shit, 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 Holy Shit. Holy Shit. Wow. Die Akgo. Also ich hab' den Birkenwald im Westen. Ah, das sind die Akgo. Geht noch? Ähm. Also stören darfst du die nicht. Hm, war das wahr? Ich zinte, das Akgo auf dich. Also die Kak... Ähm, küm... Ähm, ähm... Anders gefragt. Die Karte öffnen wir alle, alle, ne? Äh, theoretisch ja. Ist für jeden sichtbar. Yoshi, dann guck doch bitte mal unten Südost. Was siehst du da auf deiner Karte? Kein Plan. Ich hab da eine Festung gesehen. Das ist ein Kakaobohnen. Himmel mit. Oh, und die Reise über den Ozean. Das war's wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.